Das kann ja auch ganz interessant sein. Wieso kann ich hier... Ah, hier ist... Ich dachte schon, hä, wieso kann ich hier... Das war sehr knapp und sehr gefährlich. Manfred macht wieder seine Übungen. Alles klar. Das wird, ähm... Ah, Mist, ich kann es echt nicht schneiden. Da würde ich noch... Komm. Windows-Funktions-Update. Äh, warte mal kurz. Ja, erneut erinnern, keine Ahnung. Windows, bitte jetzt nicht. Könntest du bitte nicht. So. Ich bin fucking Hello Neighbor erprobt. Scheiße, warte mal. Wir nehmen noch zwei Stück mit. Kann ich noch ein? Natürlich kann ich das nicht. Jetzt. Hä? Hat der einfach aus dem Spiel getappt. Okay. Ähm. Okay, es ist kein... Äh, Mann, ich war kacken. Okay, es ist kein Hebel da. Äh, zumindest habe ich da keinen gesehen. What the fuck? Geht's dir heute, kommt man hier rein? Ich will das mal angucken. Wow, 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 warte. Manfred macht mich gerade echt nervös. Scheiße. Hör auf, bitte mach das nicht. Ich bin gerade auf Erkundungstour, Mann. Okay. Okay. Ne, das würde mir auch nicht weiterhelfen. Das auch nicht. Ich kann doch bestimmt... Ich bin doch so klein. Ich meine, ich habe jetzt gerade versucht, mich zu ducken. Kann ich da nicht einfach so rein, wenn ich mich ducke? Da geht das nicht. So, also nochmal. Kein Hebel. Definitiv kein Hebel. Und das hier würde ich gerne... Ich halte auch E gedrückt. Würde ich hier gerne rausnehmen. Geht aber nicht. Und dazu brauche ich hoffentlich wahrscheinlich den Magnet, damit ich da diesen, äh, Wrench kriege. Und dann... Nein, manfred, echt nicht. Und dann kann ich die Leiter hoch. Aber das bringt mir doch gerade alles noch gar nichts. Was ist der scheißrote Schlüssel, Mann? Huch, wer war das denn? Wer war das? Ich glaube, der hat einfach nur das Fenster auf. Ich war das nicht. Puh, ich gucke mal gerade. 33. Scheiße. Ich nehme übrigens den einen durch auf. Ich nehme den einen durch auf. Ich, äh, ich schaffe das sonst nicht. Und ich wünsche dir so sehr, ich könnte mir jetzt wirklich mehr Zeit nehmen. Kann ich theoretisch auch, weil ich gerade eh rendere. Aber ich will, ich will, ich will aus dem ersten Akt raus. Ich will doch sehen, was hier passiert. Warum ist das Haus so, wie es ist? Ich meine, kriegen wir das überhaupt gesagt? Man weiß es nicht. Manfred, jetzt hau ab, Mann. Ich hole euch wieder einen Trainer raus. Nein, mache ich nicht. Okay. Uh, es spukt, Manfred. Uh, ich bin der Geist seiner verstorbenen Großgroßmutter. Uh, uh, dein Schnurrard. Du musst ihn wieder stutzen, Manfred. Mit deiner Karottenhose. Ich muss mich verarschen. Höh! Ich gucke mir da eigentlich mein Video an und gucke genau, welcher scheiß Tisch das war. Das kann nur im Wohnzimmer sein, eigentlich. Das ist doch mal gut hier. Nein. die kai scheint schon besser zu sein auf jeden fall aber man wird kommen immer dieser teppich der einfach aussieht wie so ein schottenropp so was wo mich denn jetzt wie random ist das denn jetzt schon wieder warum ist das jetzt so ich wollte mal was anderes probieren warte mal ich es gibt gerade hoffnung so ich habe das ding hier geklaut ey das ding ist nicht mehr da toll warte ich nehme ich nicht mein uhr ist in der runde blaue das runde blaue wasen ding das ich geklaut habe gefunden habe was zur hölle soll das kann ich den hier auch mitnehmen nein eine tasse ok da war ich aber auch sehr motiviert ne das reicht nicht ne das reicht auch nicht das geht überhaupt gar nicht hallo neighbor ich weiß dass andere jetzt mehr viel zusammenschneiden viel zusammengeschnitten haben wir tatsächlich nicht äh nie diesmal ist es schwer überhaupt was zu schneiden ich muss es ein paar mal erwähnen weil es immer verschiedene folgen sind scheiße man ey ich übersehe irgendwas was ist das denn hier ich übersehe irgendwas was ist es ich will es mir jetzt heute rausgucken ich kann natürlich nirgends auch ich kann nirgends nachgucken es geht nicht es geht einfach das ist interessant da oben das ist eine interessante konstruktion wirklich geil wie komme ich an das okay hör zu eigentlich ist es ja so ich brauche den magneten geh doch einfach auf ich brauche den magneten wenn ich den hier irgendwo fitten würde wo vielleicht setze ich mir das jetzt gerade mal als ziel was liegt denn da drin da kann ich auch gleich nochmal gucken das ist ja dieser zwischenraum oder zwischenabstellraum eine tasse ein buch ist da oben drin die kann man gerade die ganze zeit nicht rein ich mach das mal gerade einfach nur damit ich es auch getan hab damit wir wirklich wissen okay ich habe hier jetzt nichts übersehen Das dürfte auch nichts sein. Warte. Ich würde gerne durch das Schüssel noch eigentlich gucken. Okay. Okay, ein weißer Schlüssel. Ein verdammter weißer Schlüssel. Er ist draußen. Hier habe ich schon alles durchgeguckt. Okay, draußen haben wir die Leiter und dieses kleine Fenster, wo wir reingucken können. Ich brauche den Magneten für das Fenster. Ich brauche einfach den Magneten. Ich kann das Ding vielleicht abwerfen. Da müsste es aber so fallen, dass ich es vielleicht unter der Tür irgendwie hervorziehen kann. Aber das ist schon wieder so unsinnig irgendwie und so weit hergeholt. Ich glaube nicht, dass... Man wird... Geh nach draußen. Bitte. Komm. Geh einfach nur nach draußen. Ich glaube, gleich ist die erste Sprechpause da. Da muss ich jetzt gleich die erste Sprechpause machen. Und dann suche ich alles. Und dann sehen wir uns nämlich wieder, wenn ich was gefunden habe. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit, denn jetzt bin ich nochmal kurz hier. Aha. Mal hier hoch. Da ist nichts. Im Eimer vielleicht. Auch nicht. Im Schrank vielleicht. Eine Zahnbürste. Ja. Noch eine Zahnbürste. Ja. Oh, ich dachte gerade, da ist der Schlüssel. Ich dachte gerade, da ist der Schlüssel. Ich habe wieder Zahnbürste nach ihm geworfen. Ja, Zahnbürsten. Action hier. Scheiße. Dreck. Da waren wir schon überall drin. Die Fenster sind natürlich nicht so platziert, wie ich es gerne hätte. Was? Okay, Manfred pinnt. Okay, warte. Warte. Ich gucke mir das trotzdem nochmal an. Da vorne. Das ist das Ding, was ich unbedingt brauche. Ja, das hat wunderbar geklappt. Ich wollte es ja trotzdem probieren. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich tun soll. Okay. Erste Sprachpause und wir sehen uns gleich wieder. Ich bin mal hier. Ich bin mal wieder. Guck mal. Wann ist das bitte passiert da oben mit dem Fenster? Das Fenster da oben ist auf. Ich war das nicht. Manfred, ernsthaft? Wow. Wow. Was für eine Drama-Queen. Okay, dann ist das Fenster da oben auf. Ich. Leider darf bestimmt nichts dagegen, wenn ich nur kurz hier so hochgehe. Und es ist sicherlich auf Anhieb. Klappt jetzt. Bitte, komm. Bitte. Ich flehe dich an. Spiel dich. Ich flehe dich an. Komm. Oh Gott, ich auch. Okay. Bist du da? Bist du da? Okay, warte. Warte, bevor ich jetzt... Nein. Mein Magen macht gar keine komische Geräusche. Okay, ich kann da nicht rein. Ich nutze das einfach gerade. Hier ist nichts. Bis auf die Bilder. Diese Kinder zeichnen, dann ist hier nichts. Warte mal. Zurück. Ähm. Ähm. Äh. Was? Was? Na, ich kann hier leider nicht reingucken. Er ist dahinter wohl. Die Tür müsste eigentlich auf... Ich bin wieder viel zu früh hier drin, glaube ich. Ne, scheiß drauf. Ich mach das jetzt auf. Irgendetwas ist hier aufgegangen. Und ich werde herausfinden, was? Ist es vielleicht die Leiter? Kann ich jetzt vielleicht auf die... Manfred, warum ausgerechnet da? Es gibt hier so viele Stellen. Okay, warte. Aber wenn ich hier nochmal hier rein kann, dann will ich jetzt natürlich trotzdem nochmal gucken kurz. Ich habe irgendetwas aufgemacht. Das springt nicht an. Wir gucken mal. Äh. Das Kabel geht hier so runter. Okay, das Kabel geht nach unten. Und das da geht hier rein. Ich konnte da aber nichts dran machen. Und bei diesem Ding hier... Nein, ich wollte gerade raus. Ähm. Sag mal, was ist denn da drin los? Da ist aber eine motivierte Couch. Das habe ich gemacht. Das da oben habe ich gemacht. Manfred, das habe ich gemacht. Das Ding ist hochgefahren. Ich weiß nicht genau, was das machen soll, aber... Ich habe das getan. Jawohl, Manfred. Das war ich. Hm. Hm. Okay. Okay. Das geht natürlich immer noch nicht. Ich kann wahrscheinlich irgendwas dann draufpacken. Nach oben fahren. Und wenn ich in den Raum da kann, dann kann ich es annehmen. Warum kann ich noch nicht in den Raum? Was ist dieser komische Ventilator da? Was soll das denn? Weg da. Warte. Hä? Nein, ich komme nicht drüber. Okay. Dann gehe ich hin. Kannst du mal bitte wieder herkommen? Ich habe ein bisschen... Ich habe da... So, ich brauche dich nochmal. Nein! Oh, okay, warte. So. Da hin. Bleib stehen, bitte. Nein. Das reicht noch nicht. Okay. Das ist echt alles super strange. Warum gehst du nicht an? Wenn du angehst, dann... Kann ich die Tür aufmachen? Oh, ich bin so blind. Ich bin so blind. Sicher jetzt erst. Okay. Okay. Da. Geil. Komischer Schlüssel. Oh, es ist ein Schlüssel. Das hier ist auch ein Schlüssel. Das ist sogar ein super Schlüssel. Guck mal. Was ich damit machen kann? Das ist ja wunderbar. In dem Kinderzimmer, da ist der rote Schlüssel. Scheiße. Der weiße... Ich weiß nicht, ob das für den Raum unten vielleicht ist. Den Manfred, das sehe ich aber nicht. Jetzt wird es interessant. Vielleicht habe ich es doch trotzdem geschafft, es minimal zusammenzuschneiden. Geht das? Leider nicht. Nein. Was ist das für ein Schlüssel? Oder ist es vielleicht... Kann ich damit irgendwie hier was machen? Kann ich. Guck mal da. Oh, das ist so traurig. Und trotzdem sind es dann... Okay, ich habe irgendwas gemacht. Oh, nie. Geh mal aus. Ich muss gerade erst mal gucken, ob das überhaupt noch an ist. Ich muss da rein, verdammt. Da muss ich auch rein. Okay, dieses Kabel geht nach oben. Ah, okay, das ist die Plattform. Das wissen wir ja bereits. Das ist so interessant schon wieder. Ich weiß nicht, der rote Schuss ist wahrscheinlich echt nur so eine Zierde. Und da steht ein Stuhl vor und das ist das Rote. Okay. Ich muss also mit der Plattform von außen nach oben, aber... Wie zur Hölle soll das funktionieren? Ich könnte versuchen... Warte. Von hier aus schau'n... Nee, von hier aus geht's nicht. Manfred nähert sich jetzt aber nicht. Ich habe hier gerade zu tun. Das wäre, glaube ich, zu unsinnig. Obwohl, ich bin jetzt nicht gesprungen. Wenn ich hier... Ist das... Das ist so... Nee. Das... Nee. 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 Ich habe mich halt schon wieder... Ob das überhaupt hier alles richtig war. Aber wenn ich es schaffe, in den Raum zu kommen... Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Das sollte ich mir vielleicht nochmal mitnehmen. Wenn ich das schaffe... Aber übers Eck springen ist auch schon wieder so eine Sache. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Aber wer sagt, dass ich hier... Wo gibt es die Regeln? Hier gibt es keine Regeln. Und ich bin immer noch im ersten Akt übrigens. Okay, warte. Warte. Willst du mich verarschen? Das hat beinahe geklappt. Nö. Da muss ich mal rein. Okay. 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 Manfred, da scheiß ich drauf. Ich mache, was ich will. Ich wohne jetzt hier. Nein. Nein. Der ist aber sauer. Ich kann es ja teilweise verstehen. Aber Manfred, das ist hier gerade voll wichtig für mich. Ja. Nein. Manfred, nein. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Krass. Wie scheiße... Wie scheiße unglücklich war das denn jetzt bitte? Wieso stand der aus hier denn hier da? Ich war... Ich war oben. Okay, warte. Warte, die Pfanne wird mich retten. Nee, da sind Eier drin. Eierang for life. Okay, hier. Okay, das... Ich... Es ist ganz komisch, dass man das machen muss. Aber es geht... Es geht los. Fortschritt und so. Komischer Fortschritt. Und ich habe ein bisschen Angst vor den zukünftigen Dingen, die man hier tun muss. Nein. Okay. Okay. Okay, komm. Wir haben Komplizien. Das wäre jetzt viel, viel einfacher. Okay. Fahren. Fahren. Ruhig. Ruhig. Sonst wirst du immer wieder runterfallen. Du musst es immer wieder von vorn machen. Lass dich nicht von ihm aus dem Konzept bringen. Ich hasse alles. Ich war gerade da, Mann. Das war schon richtig so, wie ich es gemacht habe. Das macht jeder bestimmt so. Okay, die Leertaste, ne? Ist die zum Springen da? Weil irgendwie funktioniert das nicht. Ich drücke die scheiß Leertaste. Ich spiele es eigentlich mit dem Controller. Warum spiele ich das eigentlich nie mit dem Controller? Dann muss ich mich wieder mit der Steuerung ungewöhnen. Oh! Okay. Okay. Das könnte ich vielleicht so machen. Ich springe einfach direkt ab. Ihr werdet die Leertaste hören. Ihr werdet sie hören. Ich hätte auch schon da reingehen können, weil der den scheiß Stuhl. Oh, Mann. Ja. Zu spät. Ich hab vergessen, wo die rote Tür ist. Ich hab vergessen, wo die rote Tür ist. Die rote Tür. Da ist es. Ich war... Ich hab im Wohnzimmer die ganze Zeit... Ich bin so... Okay. Fortschritt. Wird geladen. Eine Stunde und zwei nehm ich schon wieder auf. Oh, oh. Ich finde nicht, dass ich erst in der dritten Folge den Fortschritt hab. Oh, das geht nicht. In der dritten oder vierten. Ich hab keine Ahnung. Okay, was ist hier los? Hallo? Warum wackelt das? Wackelt der ganze Raum wegen dem Trockner? Hallo? Was? Scheiße, was?